so weiter geht die tortur ich habe ich habe ihr upload material jetzt irgendwie für vier tage oder so ja also da unter dem aspekt hat sich vor schon wieder die viecher wenigstens sind das diesmal keine blauen aber oh gott trotzdem die zuschauer auf jeden fall mal richtig was geboten hier ja aber hallo da sehen sie auch mal wie du mal wieder eigentlich eins auf die zwölf kriegst mein so ein bisschen muss und zuschauer auch mal sehen können wie man so richtig eins auf die bütze bekommt kalkuliert und was auch vor allem kann man hier ganz gut sehen was wir auf einmal der unterschied ist und so normal zu meister 1 projahr hier da gegenseitig ich habe oben so eine drei kleinen kriecher da geklöppelt solange es keine Champions sind geht's irgendwie, ne? oh, jetzt kommt schon wieder so ein Riesenvieh siehst du, der ist von vorne gekommen und hat sich hinter uns teleportiert das ist unglaublich bei dem, so nervig ich versuch mal hier gleich aus der Ferne schon mal oh, schon wieder einer hat er dich grad, ne ich dachte schon, hätte ich ich hab mich grad noch unsichtbar gemacht und bin weggelaufen deswegen, ich dachte schon ich hatte schon Angst um dich so, das hieß auch dann au, Mist, hier muss ich jetzt aber aufpassen wer ist denn jetzt draufgegangen? achso, Maus ist draufgegangen diesmal lässt sich ja gar nicht vermeiden ich glaub, so oft bin ich noch nie gestorben an einem Tag innerhalb von Minuten oh, 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 oh da hau ich jetzt aber auch gleich hier mit dem Archon drauf sonst wird es nichts so, sehr schön ich hab da auch gerade mit den Sprengpfeilen reingeschossen sonst, äh, kann man es vergessen ah, siehst du, zeig ich den, ah, noch Goldsucher den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht äh, da ist glaub ich auch noch ein bisschen zu viel los ich kann mich zwar hinter ihn teleportieren aber das nützt mir leider auch nicht viel oh ja, doch, er klemmt irgendwie fest nein, doch nicht verdammt hey, jetzt konnte ich ihn einfrieren, sehr gut oh nein oh, sehr gut oh, sehr gut hält uns von hinten in den Rücken ich dachte erst, sie bleibt stehen entweder um, äh, Items zu sichten oder um uns ja oder um uns gleich eine Nachricht zu schicken oh, die Troller oh, das wird jetzt knackig oh, dass die überhaupt abhaut, ey so dauert es ja eine Stunde, bis wir die fertig haben ich glaub aber, die haut ja auch immer nur ab sonst ein gewisser, äh, Energie unterschritten hat oder so hm, ich dachte, das wär ein gewisses Zeit äh, kann sein vielleicht ist es auch Zeit und Energie, wer weiß ach, warte, stimmt wir müssen ja das Herz jetzt platt machen stimmt okay, ich kümmere mich mal um diese Ghule hier sonst, äh nee, kann ich nicht, Mist äh, haben wir es schon? sehr gut ja immer noch kein Aufgestiegen hier das kann doch nicht sein ich bin aufgestiegen ich bin aufgestiegen bei mir fehlt nur noch so ein bisschen das ist kaum erkennbar an der Rand Gegner gerade wechseln guck ich mal, ob ich irgendwas Neues ausrüsten kann jetzt hier im Level jetzt alles, was man ausrüsten kann ist irgendwie wichtig ja ich mein, selbst für mich jetzt auf selbst auf Level 60 ist das hier der, was hast du denn da runtergeworfen? ist das Zeug was Blödes oder wie? ja, ja, das ist, äh, also zumindest mal das ist eine Voodoo-Maske, die brauch ich hier mit ihm überhaupt nicht naja so, jetzt konnte ich schon mal zwei tolle Sachen ja, doch schon auch mal verstärken und auch vor allem Lebensenergie konnte ich auf jeden Fall schon mal anlegen hmm, sehr schön hmm, sehr schön hmm, sehr schön hmm, sehr schön